recht herzlich willkommen zur 145 folge vom corbel space programm ja der ralo hatte mir geschrieben dass ich noch ein paar dinge machen muss dass wir mal schnell machen weil das ist auch ganz fürchterlich wichtig dass man pendeln oder extend solar panel macht er und ich glaube ich habe mehrere daran gehabt oder da ist auch noch eins und das nächste und es waren drei dann so dass das dritte und die solar panels halt ausfahren dann die antenne suchen das ist ja natürlich auch groß wo ist die antenne ich glaube die war gegenüber von google oder da ist es mit data extend antenne da ist es ja dann ist die auch schon mal raus gut das ist erledigt das läuft dann soweit dann hatte der ralo mir noch geschrieben dass ich den kuh noch zurücksetzen muss und auch den dingen überhaupt noch benutzen muss hier observe material bay und da gibt es ganz viele punkte das ist schon mal cool hier 62 nehmen wir natürlich mit und dann muss der scientist noch raus das war der ne ja der ist jetzt da und der muss reset go ok macht er und den kann auch resetten material bay wunderbar oder musste ich es gibt machen hier habe ich ja schon vorher gemacht passt gut das haben wir auch gemacht dann baby bord würde ich sagen hätte jetzt nicht er hat ja nichts mitgenommen das passt ja schon oder habe ich mich vertan weiß ich jetzt auch nicht genau aber das ist jetzt nicht so wichtig erst mal sondern ich lese mal weiter das manöver löschen hatte ich das jetzt schon gedacht ich glaube das hat ihn habe ich noch nicht gemacht ich soll das manöver löschen so das manöver ist weg und wenn ich das gelöscht habe und brenne wo du bist mit der p auf der anderen seite 15 kilometer also da das ist aber okay das wird gleich die p dann wahrscheinlich ne ja also retro ausrichten und dann 15 noch gut steht steht dann machen wir dann 15 raus die jetzt von da gleich rüber jumpen wird also da besser machen das brauchen wir gerade nicht 33 32 und 29 22 19 18 17 16 15 stop so 14 999 ein meter daneben aber das ist nicht schlimm das kriegen wir schon hin ja so jetzt müssten wir noch mal rein weil der dralo hatte mir gesagt ich sollte das triebwerk drosseln triebwerk ist hier aber ich glaube wir machen nicht ein prozent oder sowas das müssen wir natürlich mal austesten ich würde jetzt mal sagen 10 machen wir mal und also dann noch drosseln auf 10 in 10 10 ist jetzt so 33 prozent und warte mal doch das sollten wir anbinden machen wir dann auch mal ja zack wenn es da ist angepinnt und das ist gut das haben wir gemacht retro haben wir drinnen 2 1 juni hatte ich vergessen hat er mir noch geschrieben der dralo danke nochmal dafür so wenn ich aus auch so das licht von dem helm hätte ich jetzt noch an machen sollen steht da aber das habe ich auch so geschafft so wenn wir unter 20 kilometer sind dann wollen wir noch mal alles nutzen was wir da haben alles nutzen und dann wenn wir gelandet sind holen wir das wieder die daten wieder rein und dann sind wir im endeffekt gleich zur landung soweit und wenn wir landen dann ist das dass wir dann noch die flagge setzten müssen und die bodenprobe nehmen jetzt hier raus gehen da wieder reingehen das fenster bleibt sogar sitzen das ist ja cool so ich glaube dann kriegen wir erstmal ein stück vor so ein bisschen schneller bis wir die 15 haben ich muss auf periapsis gucken aber das passt auch gerade oder das passt nicht wir sind noch höher 15 ist die periapsis dahin ist klar die aktuelle brauchen man da ist mit 31 das richtig ja dass die aktuelle gut das bedeutet wir können noch mal weiter fliegen so 30 und da geht noch was 28 27 26 25 23 22 21 mal langsam wir kommen jetzt weiter runter so mal unter 20 sind nutzen wir noch mal alles da ist unser raketchen so jetzt ist nur die frage naja erst mal unter 20 kommen dann machen wir das noch mal alles und ich weiß jetzt nicht aber wir kommen ja noch mal weg und wenn wir weg kommen dann können wir immer noch bei 50 bei beim orbit um den ganzen nummer die daten also mal falls ich das jetzt falsch gemacht habe observe material so jetzt haben wir das nehmen wir mit keep experiment wo ist der buch andere seite wahrscheinlich wieder da da noch mal observe und keep dann noch mal das log pressure data ok dann haben wir den eben nämlich nicht eingesammelt und dann sollten wir das vielleicht noch tun der macht ein ever und take data ich hoffe das ist jetzt richtig was ich tue und da auch take data hier muss ich das nicht machen oder obwohl da steht collect data aber das wären jetzt die daten die ich gerade gemacht habe da müssen wir nochmal genau überlegen das wird mir der dralo oder der mordrack nachher sagen ob ich das nachher wenn ich wegfliege nochmal das machen muss gut den haben wir erstmal mitgenommen und log pressure data passt und log temperature passt so dann haben wir die daten auf jeden fall jetzt fest gemacht das hatten wir das hatten wir das hatten wir so dann gucken wir wie hoch sind wir wir müssen irgendwo zum aquator hin das ist dann hier so ja da haben wir noch ein bisschen unwirksames gelände besser wäre natürlich wenn wir jetzt hier in diesen glatten bereich runter kommen würden der equator ist vielleicht ein bisschen niedriger aber ich glaube wir machen das mal hier wir gucken mal gerade was so 30 prozent des triebwerks zu bringen ja kommt na geht sieht doch ganz gut eigentlich aus oder ja ich glaube das könnte dann funktionieren ich glaube mal hier auf diese glatte ebene kommen wäre vielleicht nicht verkehrt so dann sind wir schon in der nähe und geht ne ja ich sehe jetzt leider nicht mehr genau wo es ist aber ich glaube das ist erstmal gut da kommen wir ja schon mal ziemlich senkrecht dann runter bisschen mehr runter jetzt haben wir noch 12.000 ich komme jetzt aber nicht mehr weiter gucken da achso er hat jetzt wieder falsch ausgerichtet hätte ich jetzt beinahe gesagt aber naja ja dann ist das da unten eine eisfläche oder was ist das gute frage ne ja höher 8000 fallgeschwindigkeit steigt noch weiter an wie kann man die kann man mal checken ja das ist ja doch mal ganz schön langer anhalteweg ne das würde bedeuten hier mal zu bremsen macht vielleicht mehr sinn so ne das kleine triebwerk braucht doch was machen wir mal ein bisschen weniger 5000 ok ok anziehungskraft ist nicht so extrem ne weil er schwebt ja doch langsam darunter ne 4000 bei der reihe werden wir noch mal ein bisschen runter gehen mit der geschwindigkeit so jetzt gehen wir langsam mal wieder da hinten ist auch unser schatten sehr schön da müssen wir schon voll durchbrennen obwohl wir müssen noch an höhe verlieren 20 meter die sekunde wird aber was oder 2000 meter noch 1500 mal wieder auf 20 meter gehen nicht zu schnell werden so wie ich das kenne crash ich dann ne 1000 meter gehen wir das nächste mal wieder rein und bremsen ab dann sind wir auch bei 30 ok passt dann machen wir es lieber ein bisschen eher 800 meter 800 meter 700 500 jetzt kommt das mir aber sehr schnell vor jetzt ist wieder die angst da ne dass man kaputt geht das triebwerk mal ein bisschen runter das ist noch zu schnell dann so ist das doch schon schöner 4 meter die sekunde ist eine coole sache denke ich wir haben noch 100 meter ein bisschen mehr jetzt sind es nur noch 100 genau 1,3 1,4 meter 1,9 2,1 meter 75 meter noch bisschen mehr hier geben 50 meter 1,9 meter 1,8 36 35 meter 1,3 das wird eine sehr sanfte landung so wie das aussieht machen wir ein klein bisschen noch einmal 25,20 meter 20 meter jetzt 17 15 ich weiß nicht wie hoch die kiste ist das muss man bestimmt auch noch beachten und ich glaube wir sind sauber gelandet ja das ist doch wunderbar oder so bevor wir irgendwas falsch machen setze ich das mal auf aus dann können wir nämlich nicht irgendwie einen fehler machen dass wir aus Versehen irgendeine Taste drücken so gut da sind wir gut gelandet jetzt müssen wir dann nochmal Science hier rausholen und sowas alles aber ich denke mal das machen wir in der nächsten Folge ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid ja bis dann Tschüss